Ein Aus-Jahr-Sagen im Dreivierteltakt im Walzerschritt zum Traualter mit der Tanzschule Döpner Die Tanzschule Döpner macht sie für ihren großen Tag fit. Neben den laufenden Kursen gibt es auch im April und Mai 2019 Starttermine für Paare, die das kleine 1x1 im Gesellschaftsstanzen erlernen wollen. Angeboten werden spezielle Hochzeitskurse, die in nur 5 Abenden die Grundbegriffe von Walzer, Foxtrot, Schuheinlage der besonderen Art wird auch entsprochen. Im Rahmen von Privatunterricht kann man den Wunschdanz einstudieren und am Hochzeitstag die Gäste überraschen und in Staunen versetzen. Alle Informationen zur Tanzschule Döpner finden Sie hier www.tanzschule-döpner.at Zur Info, die Gewinner können Sie müssen aber nicht den Hochzeitskurs wählen. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, auch einen anderen Tanzkurs zu wählen. So geht es. In der Diashow, Tanzen, gibt es ein Bild, das thematisch nicht zum Rest der Galerie passt. Tragen Sie die richtige Bildnummer ein, füllen Sie alle weiteren Formularfelder aus und klicken Sie auf Senden. Viel Glück Diashow, Tanzen. Tanzen, das Gewinnspiel läuft bis 18. April 2019, 10 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Bar-Auszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, eb. Das ist ein Bild.at Das ist ein Bild.at Das kann man sich 하ensen.at Desen, in der britannischen Bekäufer.at Das war eine weitere Rande.at Wohl longing Chinuan ist ein Bild schnitzender.at